Was ist denn jetzt los? Was? Wie geil! Ich reite den Drachen und kann auf A Feuerspein. Zwar greifen mich Kugelbillys an, aber ich habe nicht den Eindruck, als könnten die irgendwas ausrichten. Nein, im Gegenteil, sie prallen einfach am Drachen ab und mit den Flammen kann ich hier Münzen einsammeln. Es ist allerdings nicht möglich, die Richtung zu ändern, also ich kann nur geradeaus die Feuerbälle schießen. Okay, das war jetzt wohl so ein interaktiver Trailer oder so, keine Ahnung. Jedenfalls war es sehr kurz, aber lustig. Nun kommt Level 10, das Rätsel der Rotationsruinen. Da kommt wohl ein neues Element auf uns zu. Okay. Bewegen die sich, wenn ich mich da drauf stelle, oder? Nee? Auch nicht mit dem Gamepad? Okay. Achso, ich kann die hier drehen vermutlich. Na gut. Aber ich schaue jetzt erstmal, was man hier so alles finden kann. Besiegen kann man die Gegner auch nicht, aber man kann dämlich gegen sie laufen und dann kleiner werden. Aber nur, wenn man ganz, ganz dumm ist, wie ich. Oh Mann. So total unnötig, echt. Ähm, bevor ich jetzt hier hinten weitergehe, schnappe ich mir vielleicht erstmal den ersten Edelstein, wenn ich denn überhaupt an ihn rankomme. Ich dachte, ich schaffe es, aber vermutlich geht es doch nicht, oder? Ich komme auf jeden Fall darüber. Das ist schon mal ein Anfang. Und dahin. Jetzt muss ich nur noch eine Möglichkeit finden. Ah, siehste, da ist auch einer. Okay, gut. Und das ist sogar der erste. Ich muss jetzt nur noch eine Möglichkeit finden, dieses Rotationsteil zu bewegen. Und ich hoffe und denke, dass es über dieses Rad hier funktionieren wird. Stimmt. So. Das muss jetzt so hingedreht werden und dann komme ich eigentlich ohne Probleme an einen zweiten Superjuwelen. Dachte ich. Aber es war klar, dass es sich noch rächen wird, dass ich mich hier am Anfang so hab treffen lassen. Absolut nicht notwendig, der Tod. Das ist mir bewusst. Aber es ist trotzdem passiert. Schade. Wirklich kein guter Beginn für den Part. Aber wenn ansonsten alles klappt, dann verzeihe ich es ihr. Hier hätten wir auf jeden Fall jetzt den zweiten. Der dritte, der war hier irgendwo, oder? Ah ne, der ist da in der Röhre vermutlich. Die mich dann irgendwo hinbringt, was ich aktuell noch nicht sehen kann. Na gut. Ich sag mal, wir drehen hier an dem Rad. Damit ich das Geld bekommen kann. Ne? Geld ist wichtig. Schön. Und dann schaue ich kurz mal, ob ich hier unten irgendwas Interessantes finden kann. Weil seht mal hier diese Höhle. Da komme ich jetzt zwar nicht hin, aber... Ah doch. Aber die ist doch nicht umsonst. Nein, ist sie auch nicht. Hier ist ein Goldpilz versteckt. Könnte die Bonusaufgabe gewesen sein. Dann haben wir zumindest die im ersten Versuch hingekriegt. Wow, ne? Ich muss mir jetzt hier meinen Fail schönreden. Okay, wie drehen wir das denn, sodass ich da rüberkomme? Äh... Geht nicht, kann das sein? Nö. Geht nicht. Okay. Oh, schon wieder! Sag mal, habe ich heute kein Timing drauf, oder was? Ich spring jetzt mal hier runter. Wenn drüben was war, könnte hier auch etwas sein. Aber ich finde nur Geld. Ja, wir müssen definitiv zu der Röhre, ganz klar. 100 pro. So, mit ranzoomen sehe ich ein bisschen besser. Wobei mich das, glaube ich, auch nicht vor billigen Fails schützen wird. Oh Mann, oh Mann! Also, was machen wir jetzt? Wo kommen wir denn zu der blöden... Röhre? Wir müssen eigentlich hoch zum Stern und dann kommen wir zu der Leiter hin. Oder wie zum Teufel ist das Level gedacht? Ich versteh's nicht. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wo ist denn der Röhrengang? Es gibt keinen. Hallo? What the hell? Bin ich der Einzige, der es nicht versteht, oder was? Moment. Es muss irgendwo... ...einen Röhreneingang geben. An irgendeiner Seite, oder sowas. Hier ist nichts. Was? Bin ich bescheuert? Ach... Jetzt sehe ich's. Okay. Ich weiß wie. Oh Mann! Ja. Ja. Ich hing. Ich hing. Ich hing. Ach Gott. Der Anfang des Partes ist eine Katastrophe. Das Einzige, was wir machen müssen, ist... Äh... Ja. Vorher nochmal die Tränen. Habe ich vergessen. Wir müssen uns hier so eine Brücke bauen. Und... ...drauf achten, dass vor allem das... ...zweite Puzzlestück so liegt. Weil... ...wir hier so drüber gehen. Ja. Dann ist das alles eigentlich ganz einfach. Und ich frag mich, warum ich das nicht früher gesehen habe. Mann, 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 Mann. Wenn ich jetzt noch sterbe, ja? Dann flipp ich aus. Es wird aber passieren. Ich seh's schon. Ich zoome mal ran. Oh Gott. Nein! Boah, war das knapp. Boah. Ist das gemein hier. Alter. Und ich muss ja auch noch zurück. Da unten ist jetzt der letzte Edelstand. Kriege ich jetzt zumindest einen Pilz. Bitte. Habt doch Mitleid. Gebt mir einen Pilz. Und ich meine kein One-Up. Aber ich seh schon, ihr habt überhaupt kein Mitleid. Ihr wollt, dass ich da nochmal durchgehe. Oder? Ihr habt Mitleid. Oh Gott schütze euch. Der Pilzgott. Der sich da nennt. Trifolomat. Und da sind wieder die beiden mit der Karte und der Penner. Den nenne ich jetzt einfach nur noch der Penner. So. Der Rückweg. Das werden wir doch jetzt wohl hinkriegen, oder? Ohne Treffer auch mal? Ja. Wow. Ein Fortschritt. Und dann habe ich sage und schreibe acht Minuten für dieses Level gebraucht. Ich möchte nur kurz gucken, ob hier hinten noch ein Secret ist. Ne. Nur Münzen. Ne. Doch nicht. Acht Minuten nicht. Aber sieben. Und das ist lang genug. Toadette. Jetzt legen wir aber mal nen Zahn zu. Ne. Wir wollen ja noch einiges in den Part schaffen. Immerhin Bonusaufgabe gleich hingekriegt. Geheimen Goldpilz eingesendet. Ja. Schnell weg hier. Von dieser unfassbaren Blamage, die nicht hätte sein müssen. Wächter der Wackeltreppen. Auch wenn es euch egal ist, ich würde gerne noch mal betonen, dass man natürlich, wenn man alleine spielt, auch solche Dinge schneller kommt. Aber im Let's Play, wo du nur mal labern musst, nicht ständig so intensiv nachdenken kannst. Und dann passieren solche Fehler nun mal. Nichtsdestotrotz war es unnötig und schlecht. Ganz klar. So. Hier haben wir den ersten Superjuwelen, der wirklich einfach versteckt war. Den finde sogar ich auf Anhieb. Hahaha. Das Level sieht jetzt aber auch einfacher aus. Das einzige Hindernis ist ja der Spike da oben. Und dem auszuweichen ist jetzt nicht der größte Akt. Ja und den Rest erreiche ich ja problemlos über die beweglichen Plattformen hier. Was macht denn das Ding da hinten? Ah und da haben wir auch noch mal so einen Steckbrief. Die ja recht häufig in den Leveln versteckt wurden. So. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wie komme ich denn in den letzten Juwelen heran. Ähm. Ich glaube ich weiß es schon. Ja, ja. Hier gibt es eine Tür. Da müssen wir jetzt durch. Und da war noch mal so ein Steckbrief. Habe ich gesehen. Oder? Habe ich es mir eingebildet? Ich dachte da wäre noch was gewesen. Schauen wir mal. Ne. Ne. Habe ich mir eingebildet. Okay. Vergesst es. So. Dann gehen wir wieder zurück. Und nun hier die Münzen. Und nun hier die Münzen. Gehen da rüber. Und verjagen die Vögel. Kann ich dich töten? Oh ja. Könnte ich. Muss ich sogar, um an den Sternen ranzukommen. Na dann tun wir das auch mal. Gut. Das Level war jetzt wirklich einfach. Manchmal frage ich mich echt, wieso später vorkommende Level viel einfacher sind als andere. Weil es gab einige vor diesem hier, die deutlich schwieriger waren. Ich finde, das hier hätte das erste von ToeDead sein sollen. So leicht ist es. Aber es gibt hier einen geheimen Goldpilz, den wir natürlich nicht gefunden haben. Jesus Christ. Okay, wo könnte er sein? Ich habe einen Verdacht. Mal sehen, ob sich der bestätigt. Ich denke, der ist ganz oben. Und zwar, wenn man den Spike besiegt. Oder es gibt noch mal einen geheimen Durchgang irgendwo. Ah, schaut mal. Habt ihr hier unten gesehen? Ein Pixel Luigi versteckt sich da. Seht ihr ihn unten rechts? Pixel Luigi Alarm. Ja, man hat ihn gesehen auf jeden Fall. Coole Sache. So, also. Entweder hier irgendwo ein geheimer Durchgang noch. Aber das bezweifle ich ehrlich gesagt. Nein, nein. Das ist schon oben. So groß ist das Level nicht. Das ist schon oben. Bestimmt. Gut. So. Wenn ich den jetzt nämlich umbringe, dann... Dann... Oder? Mal sehen. Vielleicht auch hier. Ach, da. Okay. Ja, gut. Ich habe nur gemeint, dass ich vielleicht... Wartet. Jetzt, wo das sich ausfährt, da vielleicht irgendwie oben drauf muss. Aber... Nein. Es war noch einfacher. Baram, 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 baram. Kann man durchaus auch im ersten Versuch finden. Aber gut. Wenn man halt nicht weiß, dass man was suchen muss, dann findet man es meistens auch nicht. Was ist denn das? Hä? Mumienschanz im Labyrinth. Das ist wohl eine andere Art von Bonus-Level. Was zum Teufel? Was soll ich hier machen? Ach, ist das so eine Art Schatten-Mario-Spielchen? Ja. Ja, sogar exakt dasselbe. Wir werden von, äh... Diesem Mumientraut verfolgt. Der ist allerdings schneller als wir. Und er macht exakt dieselben Bewegungen wie wir. Deswegen können wir ihm eben auch ganz gut ausweichen. Ähm... Aber... Wie gesagt, er ist schneller. Er ist sogar erheblich schneller. Und jetzt sind wir hier in einer Sackgasse. Alter, lass mich in Ruhe! Gut, gestorben bin ich nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht so viele Münzen gesammelt. Gut, 249 ist in Ordnung. Aber geht auf jeden Fall noch mehr. Ja. Ganz, äh... Cool, dass sie die Schatten-Mario-Spielchen auch in dieses Game integriert haben. Aber es ist halt keine neue Idee und deswegen flasht es mich jetzt nicht wirklich. Schalter im Ziergarten. Oh, der sieht aber wirklich zierlich aus. Passt zu einer Dame. Gut. Äh... Soll ich da jetzt einfach runterjumpen? Ich würde vorschlagen, wir gehen hier lang. Ach, verdammt. Ich dachte, ich könnte auf der Hecke landen. Ah! Hat nicht geklappt. Und du lässt mich in Ruhe, klar. Neuer Steckbrief. Hier ist gleich mal das erste Juwelchen. Und ein Priestwitch. Ey! Das wollte ich jetzt aber nicht. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Verdammt. Kann man die auch wieder deaktivieren? Wenn nicht, habe ich da jetzt einen Fehler gemacht, ohne es zu wissen. Ah, doch. Kann man. Okay. Dann müssen wir die richtige Kombination herausfinden. Aber ich würde sagen, wir besiegen erstmal alle Gegner. Damit die mich nicht unvorbereitet treffen können. Moment. Bevor ich jetzt irgendeinen Schmarrn mache, hole ich mir hier erstmal das Juwelchen. Und besiege dich. Drücke mal hier diesen Schalter. Komm ich hier hin? Ja, springen kann ich ja leider nicht. Auch wenn die Münzen mich dazu einladen. Es wird nicht hinhauen. Moment. Drücken wir mal hier drauf. Dann komme ich da hoch. Du verschwindest. Du auch. Also Gegner sind schon mal alle down. Jetzt brauche ich halt nur noch eine gute Kombination der P-Switches, um an den Kristall ranzukommen. Moment mal. So müsste es eigentlich packen. Nee, tut's nicht. Oh, shit. Wie komme ich denn da hin? Sag mal. Ich muss einmal das Weiße auslösen und einmal das andere. Ich bin verwirrt. Das ist wirklich schwieriger als gedacht. Ähm. Das geht ja auch nicht. Ich habe viel zu wenige Leitern zur Verfügung. Okay. Und jetzt? Ach, come on. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das gibt's doch gar nicht. Ich kann, ich kann da doch gar nicht hinkommen. Von hier oben kann ich ja auch nirgends runterspringen, ne? Nee. Brauche ich vielleicht die Hilfe eines Gegners? Wenn, dann habe ich's versaut gehabt. Ach. Verdammt, ich komme jetzt hier auch nicht mehr weg. Ich wollte eigentlich nochmal zurückgehen, aber ich komme jetzt hier nicht mehr weg. Na gut, dann beenden wir das Level mal kurz. Boah. Der letzte Superjuwel ist schwierig. Wie soll das denn gehen? Schalter nur dreimal betätigt ist zudem eine Bonusaufgabe. Aber ich lege jetzt erstmal den Fokus auf den Edelstein. Also, von hier oben runterspringen bringt nix. Aber vielleicht... Ich habe keinen Schimmer, Leute. Echt. Man kommt doch nur über dieses... über diese... diese braune... äh... Was weiß ich, was das ist? Dieses... braune gezäune dahin, ne? Es gibt doch keine andere Möglichkeit. Das sehen wir doch hoffentlich alle genauso. Aber es geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht das braune und das weiße gleichzeitig ausfahren. Die wechseln sich das doch immer ab. Deswegen verstehe ich beim besten Willen nicht, wie das funktionieren soll. Auch wenn ich Gegner auf die Schalter schmeiße, ändert das nichts daran. Es gibt auch keine Leiter, wo ich irgendwie nach oben komme. Von der Seite aus hier. Ich glaube, das muss ich reinschneiden, weil da werde ich länger rätseln müssen. Dieser Juwel ist mir aktuell zu hoch. Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr was? Da kommt gerade eine ganz andere Idee. Und ich glaube, das ist auch richtig... Boah, ist das asozial. Meine Vermutung ist nämlich, man kommt da nicht hin. Es geht nicht. Weil egal wie ich stehe, ich kann ja selbst wenn ich auf dem Weißen draufstehe, unmöglich den Schalter irgendwie betätigen, damit dann das braune Teil ausgefahren wird, ne? Das geht nicht. Und deshalb müssen wir folgendes tun, was wir auch schon in anderen Leveln getan haben. Und das ist auch der Grund, warum da die Münzen sind. Die sollen nämlich folgendes vermitteln. Schmeißen den Gegner rüber. Ja, so ist es. Ach, du leck mich doch! Ich rätsel hier eine halbe Stunde. Wie soll ich denn die Schalter drücken, dass das geht? Och, wenn ich den einen drücke, dann fahren doch die anderen runter. Das geht ja gar nicht. Aber mein Kopf sagte mir dann, das kann nicht sein. Das geht schon. Dann irgendwann habe ich mich erinnert an dieses eine Level, wo man da mal über diese Blöckchen rennen musste, die dann runtergefallen sind. Ihr wisst schon welches, ne? Da mussten wir den letzten Edelstein ja auch mit einem Gegner abwerfen oder was es auch immer war, keine Ahnung, oder Gemüse. Und dann kam mit der Gedanke Shit! Deswegen sind die Münzen auch da! Oh, und ohne es zu wissen, habe ich im Übrigen gerade die Bonus-Mission geschafft. Ey, das ist so gemein! Weil daran denkst du nicht! Die ganze Zeit musst du die Schalter betätigen, um an den ganzen Shit ranzukommen, selbst an den Sternen. Und du kommst einfach gerade nicht drauf, dass du den Gegner nehmen musst. Zumindest bei mir war das der Fall. Ah! Schreibt in die Kommentare, wusstet ihr es sofort oder habt ihr euch auch vom Level linken lassen? Wie fies, ey! Das nächste Mal geht es weiter mit Glasröhrengewuse. Tschüssi!